hallo jetzt willkommen zu seinem video und zwar 11 von verstellungen und verstellung ja wir gehen jetzt hier und zwar unter autos gibt es genau er fort für 9k 400 ps 25 liter laden und 12 km spitze man kann vieles ändern das war doch bisher geladener danke das ist cool an sich person anzahl das ist schon geil aus im beispiel immer gibt es auf fb ich mache kurz hier die musik aus dann mache ich kurz den motor fahren sie ein bisschen lauter weißt du müsstet ihr eigentlich hören oder ich kann ja noch ein bisschen lauter machen jetzt müsstet ihr es hören jetzt könnte es sogar sein dass ihr mich nicht hören so das sieht echt cool aus ok ich weiß ob man die rupe hört wie vom zuki rupe blinker warn blinker also das sind die spanngurte die sind noch ein bisschen unterirdisch aber naja ja hier findet ihr in der video beschreibung ist ja nicht ganz cool kann auch sagen transportieren oder laden dann habe ich schon auch getestet für euch und ja ich wünsche euch viel spaß mit dem motor ich wünsche euch einen wunderschönen mit der zielpumpe starten das ist echt cool ich kann auch genau ich kann auch genau Motorhäuser aufmachen also das war schon auf mit der maus das finde ich richtig cool gemacht mit der zielpumpe starten mit der zielpumpe starten genau zu machen zack und ja aber das war's jetzt für diese folge wie gesagt wir haben noch einen schönen samstag link ist in der video beschreibung und ciao ciao